So, dann starten wir und begrüßen euch alle recht herzlich zur Medienrunde und zwar zu der vor unserem Auswärtsspiel am Freitagabend in Magdeburg. Es begleiten uns circa 2000 Clubfans mit an die Börde und ich begrüße auch unseren Cheftrainer Dieter Hecking zu meiner Rechten recht herzlich und logischerweise alle anwesenden Journalisten und die uns sonst noch alle zuschauen und angesprochene Journalisten dürfen direkt mit ihren Fragen starten. Wer möchte den Anfang machen? Volkan Glas von den Nürnberger Nachrichten. Herr Hecking, Sie haben die Woche gesagt, die Situation sei nicht bedrohlich aus Ihrer Sicht. Viele Leute im Umfeld sind ein bisschen anders. Wie kommt diese Diskrepanz zustande? Können Sie uns das erklären, warum Sie so entspannt so cool sind? Ich weiß nicht, ob ich entspannt oder cool bin. Das ist einfach eine aus meiner Sicht realistische Einschätzung der Situation. Ich bin der Meinung, dass wir vier Punkte Vorsprung haben vor dem Relegationsplatz. Wir haben sechs Punkte Vorsprung vor den direkten Abstiegsplätzen. Ich glaube, dass andere Mannschaften gerne mit uns oder gerne in unserer Situation wären mit diesem Vorsprung und das Geld ist halt auch von unserer Sicht aus, das Ding über die Linie zu bringen. Von daher bin ich da nicht entspannt oder cool. Ich schätze die Situation einfach realistisch ein und natürlich gucke ich dann auch auf die Restprogramme der anderen Mannschaften und sehe da jetzt nicht bei mir jetzt so große Zweifel aufkommen, dass ich jetzt alle drei Spiele, die drei letzt genannt, also Bielefeld, Sandhaus und Regensburg, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass sie alle drei Spiele gewinnen. Von daher müssen wir natürlich unsere Hausaufgaben machen und deshalb interessiert mich letztendlich das eine relativ wenig. Ich sehe unsere Situation und ich sehe sie so, dass ich sage, wir sind in der Vorhalte, wir haben es selbst in der Hand und das ist mir viel lieber, als wenn ich darauf hoffen muss, dass wir patzen. Also von daher bin ich da einfach realistisch. Martin Funk von der BILD ist der Nächste. Hallo in die Runde. Gegen morgen werden natürlich alle Augen auch auf Karl Klaus gerichtet sein. Vielleicht können Sie ein paar Worte über ihn uns kundtun, wie er sich im Training gibt. Es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit für ihn. Er hat in den letzten, ich habe vorhin mal nachgeschaut, in den letzten drei Jahren ein Zweitligaspiel gemacht. Das ist sicherlich auch nicht unbedingt so leicht für ihn dann ausgerechnet in Magdeburg dann wieder seine Rückkehr ins Klubtor da zu feiern. Ja, ich glaube, dass ich Karl darauf freuen darf, morgen in dieser Atmosphäre wieder mal für den Klub zu spielen. Er hat sicherlich in den letzten Wochen und Monaten einige Rückschläge erlebt in seiner persönlichen Saisonverlauf. Gerade nach der Verletzung von Chris hat er vielleicht darauf gehofft, dass er die neue Nummer eins wird nach der Verletzung. Dann kam Peter Windahl, hat dann auch wieder mit einer Entscheidung leben müssen, die man ihm natürlich eher Enttäuschung hervorgerufen hat. Aber ich habe, seitdem ich das übernommen, habe ich eben gesagt, jeder wird hier gebraucht bis zum letzten Spieltag. Und wir müssen reichlich von Gebrauch machen dieses Jahr. Und das betrifft natürlich auch unsere Nummer zwei. Und wenn Kalle jetzt morgen im Tor steht, habe ich null Bedenken. Er ist, denke ich, ein richtig guter Torwart, hat das auch nachgewiesen. Und da gibt es halt die volle Unterstützung von uns und von der Mannschaft, dass vielleicht hier und da das andere in den Abläufen nicht ganz hundertprozentig sein kann, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber nichtsdestotrotz ist Karl Klaus ein guter Torwart und der genießt mein volles Vertrauen aus der Mannschaft. Der nächste in der Runde oder der gleiche in der Runde ist nochmal Martin Funk. Ja, vielleicht um bei dem Thema dann zu bleiben und es auch abzuschließen. Heißt es, dass er auch eher den langen Ball spielen kann? Peter Winter sollte ja versuchen, das Ganze auch fußballerisch zu lösen. Wenn die Abläufe nicht so eingeübt sind, ist es ja dann vielleicht auch leichter für Karl Klaus, wenn er dann eher den langen Ball schlagen darf? Also Karl Klaus trainiert jeden Tag mit uns. Und auch er ist in den Abläufen voll involviert, wie wir von hinten heraus Fußball spielen wollen. Also da gibt es jetzt aus meiner Sicht überhaupt nichts, drüber nachzudenken, ob Karl Klaus jetzt nur den langen Ball spielen soll. Nein, er hat auch absolut fußballerische Qualitäten, die, wenn er es für angebracht hält, auch zum Einsatz bringen soll. Und ähnlich wie bei Peter auch. Da haben wir gesagt, Peter, du entscheidest letztendlich. Du hast ein Gefühl für Spiel. Verlieren wir Bälle zu leichtfertig, weil wir zu viel Risiko spielen? Dann wäre es sicherlich mal angebracht, die Abwehr nach vorne zu schieben, um mit dem langen Ball zu agieren. Aber Karl Klaus ist jeden Tag im Training und der weiß genau, was wir für Abläufe haben. Also da sehe ich nun wirklich, habe ich überhaupt keine Bedenken. Nico Gehleff von der Bild ist der Nächste. Hallo in die Runde. Hallo Herr Hecking. Geht auch ein bisschen in die Richtung, inwieweit ist es denn jetzt auch schwierig? Es wird ja auch eine neu formierte Abwehr spielen, spielen müssen aufgrund der Verletzung von Christopher Schindler und anderer Ausfälle. Inwieweit ist denn dann das Konstrukt auch möglicherweise ein gewisses Risiko, weil ja wahrscheinlich die Abwehr so noch nie zusammengespielt haben wird? Und haben Sie sich denn schon Gedanken gemacht, wie die Abwehrkette denn dann morgen Abend in Magdeburg aussehen kann? Also ich verstehe ja eure Nachfragen, nur die Fragestellung ist immer auf schwierig ausgelegt. Die Schwierigkeit ist, dass wir mit Christopher Schindler unseren Kapitän nicht dabei haben. Also als Persönlichkeit auf dem Platz und dass er natürlich da hinten schon jemand ist, der den Laden zusammenhält und auch seine Mitspieler führt, das ist das viel größere Problem. Für mich ist nicht das Problem, ob jetzt ein Janis Horn, ein James Lawrence, ein Sadek Forfana, die in erster Linie dafür in Betracht kommen, in der Innenverteidigung zu spielen, eingesetzt werden. Ja, weil sie werden morgen alle versuchen, ihre bestmögliche Leistung abzurufen. Und das muss auch so sein, weil nochmal, ähnlich wie im Torwartbereich, wo ich es eben gesagt habe, ich weiß, dass wir im Verlauf einer Saison, wir dieses Jahr extrem viel auf den gesamten Kader zurückgreifen müssen und jeder will immer spielen und also hat er die Chance, morgen einen großen Anteil dazu beizutragen, dass wir ein erfolgreiches Ergebnis liefern. Idealerweise gewinnen wir und deshalb sehe ich das nicht immer gleich als Schwierigkeit an. Ja, natürlich haben sie noch nie so zusammengespielt. Und vielleicht gibt es auch das eine oder andere Abstimmungsproblem morgen, aber die gab es vorher auch. Ja, und es passiert auch Mannschaften, die jede Woche mit der gleichen Aufstellung spielen, dass es da auch mal Abstimmungsprobleme geben kann. Ja, also ich sehe das nicht immer so dramatisch oder schwierig an. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass die Jungs wissen, was sie zu tun haben. Und das müssen sie so in den Vorgaben, wie wir es besprechen werden, versuchen, morgen bestmöglich umzusetzen. Und da kommt es nicht immer darauf an, klar wäre es mir auch lieber, wir hätten die vier gleiche Innenverteidigung, 34 Spieltage, aber das wird es nicht geben. Und deshalb sehe ich da nicht immer gleich Schwierigkeiten. Es ist nicht normal, ja, und es ist auch nicht normal, dass unser Kapitän in dieser wichtigen Phase mit einer schweren Verletzung ausfällt. Auch klar, aber ich empfinde das, ich meine, vielleicht bin ich da ein bisschen gelassener als ihr, weil ich solche Situationen auch schon mal durchlebt habe und weiß, dass es eben auch dazu führen kann, dass eine Mannschaft enger zusammenrückt und dann trotzdem eine bestmögliche Leistung. Und vielleicht sagen wir danach, boah, war vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir eine andere Viererkette hatten. Ich weiß es nicht, aber ich sehe nicht immer gleich Schwierigkeiten auf uns zukommen. Wolfgang Lars. In der Aufzählung gerade kam Herr Flick nicht vor. Ist er auch eine Option für hinten oder ist er Ihnen einfach im defensiven Mittelfeld zu wichtig? Natürlich kann Florian Flick beide Positionen spielen, aber in die Karten lasse ich mir natürlich auch nicht schauen. Deshalb erstmal das, was offensichtlich ist. Wolfgang hat es wieder aufgedeckt und darf direkt weitermachen. Es war jetzt eine kurze Trainingswoche, also viel konntet ihr die Woche eh nicht machen. Macht es überhaupt noch Sinn, großartig ins Training zu gehen oder beziehungsweise jetzt großartige Inhalte zu vermitteln, weil es eh nur darum geht, die Köpfe irgendwie freizukriegen und möglichst Verletzungen zu vermeiden? Fällt mir da die Intensität automatisch ein bisschen runter jetzt auch? Also ich glaube schon, dass wir das, was wir gestern trainiert haben, war intensiv. Ja, waren viele Zweikämpfer auch dabei. Nein, wir können jetzt nicht bewusst runterfahren und sagen, wir stellen jetzt alles dem unter, dass wir ja keinen Verletzten mehr kriegen. Nein, wir müssen ja auch relativ spielnah im Tempo trainieren. Die Woche war sehr kurz, das stimmt. Wir haben uns dafür entschieden, am Dienstag nicht zu trainieren, weil wir eben auch gesagt haben, Mensch, den Tag frei braucht jeder mal, um einfach mal den Kopf auch ein bisschen freizukriegen. Das ist natürlich in der Endfahrt-Saison auch üblich. Das machen viele Mannschaften, dass sie dann sagen, okay, wir müssen jetzt nicht mehr pausenlos in der Intensität ganz hoch arbeiten, weil jetzt wirst du an der konditionellen Basis eh nichts mehr machen. Jetzt geht es wirklich darum, inhaltlich gut zu arbeiten und die mentale Frische zu haben, die Aufgabe morgen Abend dementsprechend anzugehen. Martin Funk. Vielleicht kommt die Skepsis in manchen Fragestellungen auch daher, dass der Klub jetzt auswärts spielt und auswärts in den letzten Wochen und Monaten ja selten überzeugt hat. Was, um es mal anders auszudrücken, was lässt sie optimistisch in dieses Spiel gehen, dass man sich auswärts diesmal anders präsentiert, auch über 90 Minuten? Ja, erstmal ist es Fakt, dass die Auswärtsbilanz dieses Jahr überhaupt nicht gut ist. Ja, daraus kann man sicherlich Skepsis ableiten, also nicht falsch verstehen. Trotzdem bietet jedes Spiel eine neue Chance. Aber wie gesagt, der Gegner hat natürlich auch was vor. Wird sicherlich morgen Abend auch alles versuchen, um zumindest den einen Punkt noch zu holen, den sie brauchen, um definitiv den Klassenerhalt geschafft zu haben. Sie haben gerade in den letzten beiden Spielen gegen Hamburg und Heidenheim gegen zwei richtig gute Mannschaften sehr gut ausgesehen. Also das wird auch schon eine Aufgabe, die sehr anspruchsvoll werden wird morgen für uns. Und nichtsdestotrotz hast du in jedem Spiel aufs Neue eine Chance, diese Bilanz aufzubessern. Und besser morgen als zu spät oder als nie. Und deshalb gibt es uns in dieser Saison noch zweimal die Möglichkeit, sowohl in Magdeburg als auch in Paderborn, die schwache Auswärtsbilanz, die keine gute mehr werden wird, ähnlich wie die Saison keine gute mehr werden wird. Trotzdem haben wir morgen die Chance, auch in Magdeburg was mitzunehmen. Möchte noch jemand? Ja, Wolfgang. Sie haben gerade gesagt, Dienstag war frei, um die Köpfe ein bisschen frei zu kriegen. Was kann man denn als Trainer dann noch veranstalten, um die Köpfe wieder ein bisschen durchzupusten, um mal ein bisschen andere Themen in die Köpfe zu kriegen? Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach mal auf Abstand geht, sich mal 36 Stunden nicht sieht. Weil natürlich sind das auch Themen, die Gesamtsituation, die verletzten Situationen sind natürlich schon Thema auch in der Kabine. Aber es hilft einfach auch mal, wenn man mal woanders ist, nicht in Nürnberg ist, vielleicht mal wegfährt, zu den Familien fährt, zu Freunden, Bekannten fährt oder sich einfach mal seine Frau schnappt und einfach mal woanders hingeht. Das hilft enorm schon. Und ich bin kein Freund von besonderen Teambuilding-Maßnahmen jetzt zum Endspurt. Ja, da bin ich kein Freund von, weil dafür muss schon auch die Anspannung weiterhin erhalten bleiben. Wenn man jetzt nur auf Schmusekurs geht, dann kann man, denke ich, nicht den Erfolg haben, den wir jetzt unbedingt noch brauchen, die letzten drei Spiele. Mach gleich weiter. Sie haben es vorhin noch erwähnt, Sie sind jetzt lange Trainer, Sie haben viel Erfahrung. 2000 haben Sie angefangen, also 23 Jahre jetzt im Trainerberuf. Die schwerste Prüfung zum Schluss noch, kann man das so sagen, weil Sie ja auch eben die Verantwortung haben für den Gesamtverein. Ja, es ist natürlich auch für mich persönlich, es ist keine einfache Situation, die mir aber trotzdem nach wie vor sehr viel Spaß macht. Trotz der natürlich auch Kritik, die da ist, die ich auch verstehe, sowohl an meiner Person wie auch an anderen Mitarbeitern oder an Spielern, an der Mannschaft, an der Herangehensweise. Das ist sicherlich nicht so, dass ich da einfach mal eben drüber wegspringe und sage, geht mir alles am Arsch vorbei, auf Deutsch gesagt. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es einfach, der Verein steht im Vordergrund und für den habe ich immer viel Leidenschaft, werde ich immer viel Leidenschaft haben und das ist auch jetzt in der Phase so. Natürlich ist es gerade viel, weil neben dem, dass die Aktualität da ist mit Training, mit Spiel, mit der Gesamtsituation, gibt es natürlich auch die Planung für die neue Saison voranzutreiben. Ja, das läuft alles im Hintergrund. Wir haben auch im Vorstandsarbeit mit die Zorso zusammen einige Themen, die jetzt gerade in der jetzigen Phase sehr wichtig sind für uns, die natürlich auch besprochen gehören. Und da kann ich mich halt nicht rausnehmen. Also mein Tag ist prall gefüllt. Ich bin jetzt seit 8 Uhr auf dem Gelände, habe bislang mich mit Christian Vell einmal kurz abgestimmt, was wir heute im Training machen werden. Da bin ich sehr froh drum, dass ich mir auch Leute in meinem Umfeld hier habe, die mir dann auch den Rücken frei halten, wo ich weiß, dass die Arbeit zu 100 Prozent gut vorbereitet wird. Das hilft mir natürlich enorm, um diese richtig große Aufgabe, die ich im Moment habe, zu bewerkstelligen. Ob es die schwierigste Aufgabe zum Schluss ist. Man weiß nie, wann Schluss ist. Das weiß man im Fußball nie. Aber nochmal, mir macht das eigentlich Spaß, wenn ich solche Herausforderungen habe. Ich hätte viel mehr Probleme, auch wenn das einer vielleicht nicht versteht. Mir macht es Spaß, wenn es um etwas geht, wenn Crunch-Time ist, wenn das Kribbeln da ist. Und dann bin ich auch normalerweise am besten. Das habe ich so selber in meiner Erfahrung gehört. Wenn es dann irgendwo Situationen gibt, wo ich denke, die Saison ist gelaufen, man fühlt sich zwar wohl, man ist nächstes Jahr in der zweiten Liga, aber dann weiß man auch relativ schnell, dann fällt einem selber die Anspannung ab und dann lässt man vieles laufen. Und dann habe ich auch schon erlebt, dass man fünf, sechs Spieltage vor Schluss gerettet war. Da kam kein Ergebnis mehr. Und plötzlich steht man doch wieder in der Kritik, weil man kein Ergebnis mehr hat, weil man irgendwo vielleicht eine gewisse Zufriedenheit hatte, weil man etwas erreicht hat. Also ich hätte es viel lieber, wir würden um etwas anderes spielen zum Ende der Saison, als wie das, was jetzt ansteht. Aber das sind aber auch im Sport die Herausforderungen, die einen fordern. Und ich mag Herausforderungen nach wie vor. Mag auch noch jemand Fragen stellen? Ja, Wolfgang. Kurze Anschlussfrage, weil Sie sagten, ja, wir planen auch die Saison jetzt. Wie plant man denn eine Saison, in der man noch gar nicht weiß, wo man spielt? Ja, indem man natürlich mit dem Optimismus rangeht, dass man weiß, wo man nächstes Jahr spielt. Und klar ist es so, dass wir verschiedene Überlegungen haben müssen. Trainerpositionen, Spielerkader. Wir sind natürlich auch im Austausch mit möglichen Neuzugängen, die natürlich auch im Moment auch noch sagen, wir warten erst mal ab, was passiert. Aber diese Gespräche müssen laufen. Da ist Olaf Relbe im Lied, wo wir uns auch natürlich täglich, aber auch wöchentlich einmal in der größeren Sitzung zusammentreffen, um einfach die Themen, die aktuell werden, bearbeiten, um dann eben auch Videocodes zu machen. Es ist natürlich im Moment schwer möglich, rauszufahren in meiner Person. Ich muss halt hier vor Ort sein. Deshalb ist sehr viel auch am Abend mit Videocodes. Das findet gerade alles parallel statt. Und Sie sehen, ich habe es ja gerade kurz skizziert, wie mein Arbeitstag gerade ist. Aber wie gesagt, man wächst auch mit 58 noch an seinen Aufgaben. Und nochmal, ich weiß, dass ich in meinem näheren Umfeld hier im Verein tolle Mitarbeiter habe, die mir da wirklich viel Unterstützung geben. Das Schweigen im Walde deutet darauf hin, dass keiner mehr eine Frage hat, dann würde ich sagen, allen einen geruhsamen, angenehmen Tag und ein angenehmes, erfolgreiches Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.